ja fast überall das lager voll da machen wir gleich richtig gewinnen ja komm schon weltmarkt lieferung fahren verwalten alles auf export genauso soll es auch sein und ich glaube da geht es jetzt los 77.000 das war erst das plastik ja gut das plastik bringt am wenigsten aber ist ja auch schon ganz ordentlich so jetzt sollten wir auch mal sollte gleich der nächste kommen hier und das metall abholen und dann bald auch die legierung die natürlich sehr viel geld bringen komm schon na los ich möchte geld haben ja komm ja 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 komm schon raum schon kommen na wo ich das das problem jetzt noch mal mit mensch metall schrott ganz viel metall schrott gibt es hier also wenn es so weiter geht nämlich gleich kredit auf das dauert mir gerade ein bisschen zu lang da muss aber was passieren jetzt hier mein plastik haben sie uns schon abgekauft dass das lager schon bald wieder voll was denn hier passiert ich lass uns einmal hier noch was klaut da ist gerade wieder ein lkw weggefahren so jetzt sind die lager aber voll hier na nun was ist denn jetzt hier los wann gibt es überhaupt das nächste 292.000 einwohner ist das denn ernst geht das überhaupt 292.000 einwohner ich weiß jetzt allerdings nicht wie wir das hier in der bescheidenen stadt schaffen sollen ich glaube mit dem straßennetz und so hätten wir das nie schaffen und der aufteilung hier das geht vielleicht auf einer anderen karte aber auf der wird es glaube ich nicht gehen ich möchte geld sehen wo bleibt denn das geld jetzt bildung ohne wasser schon wieder kein wasser die meldung kann doch nur alles sein oder bekommt jetzt wieder kein wasser das ist doch komisch hier wird auch wieder fleißig gebaut und wir haben sogar noch 76 1 76.000 einwohner wo hier gebaut wird aber eigentlich müssen wir jetzt hier mal ein bisschen was einnehmen sonst nehme ich gleich echt einen kredit auf können wir nämlich endlich mal die feuer stadt feuerwache hier bauen große feuerwache genau große feuerwache ah ok jetzt haben wir gerade metall verkauft dann bauen wir nochmal eben die aber wir machen gerade zu viel minus ach mensch bauen wir die jetzt einfach mal ich hoffe mal dass wir die auch noch ausbauen können hier also dass wir da noch genug platz haben naja gut jetzt machen wir aber richtig minus hier ich reiß das einfach mal ab hallo so feuerwache 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 so nicht feuerwehrwache ich will mal feuerwehrwache sagen dann reißen wir nochmal eben die gebäude hier ab ach nö nicht die straße man vertippt sich hier aber auch echt schnell das kleine hier neben ist das auch abgebrannt keine läden oder parks da beschwert sich wieder einer fehlende kunden zu viele verbrecher ihr habt sorgen hier brand wo ist denn noch was da ach hier ist hier ist ein überfall oder was ist hier ne hier ist auch ein haus kaputt ach hier sind wieder die heißluftballons unterwegs oh jetzt wird hier hinten auch fleißig gebaut ja gut ok aber jetzt haben wir ja eine feuerwehr feuerwehrwache ja feuerwache eine große feuerwache warum zum teufel will ich immer feuerwehrwache sagen wir stellen neue leute rein löschfahrzeuge 1 das ist ja viel haben die hat die echt nicht mehr was können wir denn hier so anbauen büro des brandschutzbeauftragten feuerwehrinspektor besucht in der stadt häuser fabriken und läden die inspizierten orte sind mehrere tagen lang vor bränden geschützt aha feuerwehrlandeplatz im handumdrehen blende brenne löschen achten sie nur darauf dass ausreichend wassertürme zur verfügung stehen diese maschine braucht nämlich große menge an wasser ha oha feuerwehr einsatz turm doppelt so schnell ausgesendet ja dann wollen wir den mal bauen ach den können wir hier ach da haben wir ja viele möglichkeiten den irgendwo hin zu pflanzen ja ganz nach oben ja ganz nach oben das schild kommt hier vor das können wir nur so setzen ok ja der baum ist direkt vor die feuerwache ok ich wollte gerade sagen hängt das jetzt in der luft aber nein das sieht ja ganz gut aus eine feuerwache ja so was können wir da noch so garage für chemikalien schutzfahrzeuge verdienen sie zusätzlich simoleons weiten sie den feuerschutz auf nachbarstädte aus dieser einsatzwagen zum chemikalien schutz löscht schwere industriebrände die durch gefahrstoffe verursacht werden ohne diese gegenmaßnahme kann sich das giftige feuer ungehindert ausbreiten haben wir zum glück im moment noch nicht so probleme mit aber sowas wäre nicht schlecht also ein brandschutzbeauftragter nur im moment können wir uns das glaube ich nicht so wirklich leisten haben wir denn jetzt schon die legierung verkauft ne ok dann kriegen wir ja bald auch nochmal ein paar einnahmen da das ist ja gut und hier gibt es jetzt nur ein löschfahrzeug das ist ja ein bisschen mau das kostet so eine gerade 15.000 dann müssen wir da wohl noch ein bisschen anbauen sieht das jetzt eigentlich anders aus oder das können wir glaube ich ganz gut in der regionsansicht sehen richtig ah jetzt haben wir so einen richtigen leiterwagen hier genau das ist ja cool und das ist der brandschutzbeauftragte chemikalien schutz ok das ist ja interessant oh und wir sind schon bei 80.000 einwohnern wunderbar oh 83 jetzt wechsel ich die stadt aber immer weiter was die straßen upgrades bringen hätte ich jetzt auch nicht gedacht weil die ganzen gebäude ja noch nicht wirklich so ach das brennt das haus immer noch ok hätte wir mal schneller abreißen sollen ist jetzt hier schon so richtiger leiterwagen gekommen nö der ist natürlich noch nicht hier hingekommen ist überhaupt schon einsatzbereit hier ja die sind bereit ach wir laufen jetzt schon die leute so rum den damen gefallen männer in uniform ah ja und hier guckt was raus vom feuerwehrauto oder täuscht das oder gehört das zum garagentor kann natürlich auch sein ah wir haben gerade geld bekommen dann bauen wir doch da nochmal wollen wir einen brandschutzbeauftragten hier wo war denn der da 500 pro stunde oh macht jetzt auch keinen Unterschied ob wir das bauen oder ach da hinten können wir das sogar hinbauen ok da haben wir ja einige möglichkeiten gut das müssen wir ja nicht direkt hier hinbauen so ne da reißen wir ja gleich das ganze gebäude ab das ist auch blöd oder wir bauen das hier auf die andere straßenseite das geht ja auch genau da haben wir den brandschutzbeauftragten das ist doch perfekt das bringt ja hoffentlich was gegen die ganzen brandstifte da dann soll der erstmal anfangen loszufahren da steht hier ganz faul noch rum naja ok wir haben ja schon einiges erreicht jetzt in dieser aufnahme dann würde ich sagen ich beende dann nochmal diese aufnahme wieder und wir sehen uns dann beim nächsten mal bis denn tschau 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 baby